So meine lieben Krümel, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich konnte mich ja mit der Vorbestellung von Fallout 76 für die Beta registrieren, habe diese selbstverständlich angezockt und auch gestreamt. Wenn ihr die Livestreams mal noch sehen wollt, die sind alle selbstverständlich in meinem Kanal unten in der Infobox verlinkt. Ich will euch heute einfach ein paar Infos zu Fallout 76 raushauen und auch wie ich als komplett blutiger Anfänger das Spiel eigentlich so empfunden habe, wie ich einsteigen konnte in das Spiel, um euch vielleicht einfach die Kaufentscheidungen ein bisschen zu vereinfachen. Fallout 76 erscheint morgen am 14.11. für die Xbox, für den PC und für die Playstation 4. Wenn ihr noch mehr Infos dazu haben wollt, klickt einfach unten in den ersten Link in der Infobox. Da ist nämlich der Bericht von mir auf survivalcore.de und da gibt es auch noch viele weitere Berichte rund um Fallout 76 und natürlich auch noch anderen Spielen. So, kommen wir jetzt aber erst einmal zu den meiner Meinung nach interessantesten Fakten. Fakt Nummer 1. Das Spiel ist im Gegensatz zu seinen Vorgängern ein reines Online-Multiplayer-Spiel. Das bedeutet, dass wirklich jeder Überlebende, den ihr im Ödland trefft, auch ein realer Spieler ist, der euch entweder freundlich oder auch feindlich gesinnt sein kann. Ab Level 5 könnt ihr euch theoretisch gegenseitig bekämpfen, was das Ganze natürlich nicht unbedingt einfacher macht, aber Webseater hat sich da was ganz, ganz Tolles überlegt, dass man halt eben nicht nur dauerhaft gekillt wird. Und zwar haben sie ein Kopfgeldsystem eingeführt, sprich, wenn dich versucht jemand zu töten und du möchtest nicht gegen ihn kämpfen, weil du keine Chance hast oder einfach keinen Bock drauf hast und derjenige lässt nicht von dir ab und tötet dich trotzdem, wird auf denjenigen ein Kopfgeld gesetzt. Das heißt, er bekommt einen riesen fetten roten Stern über seinen Icon gelegt und jeder auf der Karte sieht diesen riesengroßen fetten Stern und weiß, dass auf denjenigen ein Kopfgeld gesetzt ist. Derjenige, auf den das Kopfgeld gesetzt ist, der sieht aber keinen Spieler mehr. Sprich, jeder sieht ihn, er sieht niemanden. Dazu kommt natürlich auch noch, dass derjenige, wenn er wieder jemanden killt, weder Loot noch Kronkorken bekommt. Und das Kopfgeld, das auf denjenigen ausgesetzt ist, ist nicht unbedingt relativ wenig. Sprich, es ist ein Riesenanreiz für alle anderen Spiele, Jagd auf diesen einen Mörder zu machen. Es bleibt natürlich nicht ausgeschlossen, dass man trotzdem getötet wird, so wie es mir passiert ist. Da kann man leider nichts machen. Aber es ist natürlich eine Abschreckung für diejenigen, die einfach nur wahllos töten wollen und natürlich ein Riesenpluspunkt für die Leute, die andere Leute wieder rächen wollen. So, Fakt Nummer 2. Das Spiel ist leider nicht plattformübergreifend. Sprich, wenn ihr an der Playstation 4 sitzt, könnt ihr mit niemandem vom PC oder von der Xbox spielen und andersrum genauso. Fakt Nummer 3. In Fallout 76 könnt ihr in dem Sinne keine Server auswählen. Ihr werdet, wenn ihr dem Spiel beitretet, einfach einem Server quasi zugeordnet, wo bis zu 25 Spieler drauf spielen können. Aber das Gute ist halt eben, auch wenn man sich dann als Truppe nicht sagen kann, wir gehen jetzt auf den und den Server, kann man einfach ganz bequem den Freunden nachjoinen, ohne großartige Probleme. Man geht einfach ins Hauptmenü, wählt Freund aus und versucht dann in seine Karte reinzukommen. Das kann manchmal ein bisschen schwierig sein, wenn der Server einfach schon mit 25 Leuten voll ist. Aber dann muss man es ein, zweimal probieren. Wir hatten bis jetzt eigentlich da in der Beta jetzt mal noch gar keine Probleme mitgehabt. Und es ist wirklich einfach. Also es tut keinem weh, es macht keinen Abbruch. Es ist vollkommen in Ordnung, wie da die Lösung ist. Fakt Nummer 4. So ziemlich die größte Veränderung bei Fallout 76 ist das CAMP. Das ist die Abkürzung für Computerassistenzsystem für mobile Produktion. Es tut mir leid, ich musste das jetzt gerade nachlesen. Ich kann mir das so schlecht behalten. Das ist einfach so eine mobile Box, die könnt ihr in eurem B-Boy auswählen. Und damit habt ihr eine komplette Basis, die ihr bauen könnt. Also ihr könnt euch da ein Campingplatz, also so eine Feuerstelle bauen. Ihr könnt euch da mit Mauern errichten. Also mit diesem Gerät könnt ihr eigentlich alles herstellen, für die Basis zu bauen. Was jetzt hier auch noch super gelöst ist, ihr könnt theoretisch das Lager einfach an jeder x-beliebten Stelle wieder neu aufbauen. Das alte Lager wird damit komplett abgerissen. Aber all die Sachen, die ihr bereits gebaut habt, werden als Blaupausen, in Anführungszeichen, aufgehoben. Und die könnt ihr dann einfach an einem neuen Ort wieder genauso platzieren, wie ihr das wollt. Sprich, wenn ihr umlagern wollt oder aber auch, wenn euer Camp zerstört wird. Macht das nichts. Ihr könnt das relativ schnell wieder alles aufbauen, ohne dass großartig Zeit oder Kronkorken oder Materialien verbraucht werden. Kommen wir jetzt zum Fakt Nummer 5. Wobei das jetzt nicht unbedingt ein Fakt für das Spiel ist. Es ist einfach die Info, dass bereits in der Beta Events waren, an denen man teilnehmen konnte. Das war ziemlich cool. Man hat ziemlich geilen Loot bekommen. Und auch die Gebiete in diesen Events, wo diese Events stattfinden, werden in dem Moment zur PvP-freien Zone erklärt. Sprich, ihr könnt während den Events in diesen Gebieten nicht noch zusätzlich von anderen Spielern abgeknallt werden. Das waren jetzt eigentlich schon so, meiner Meinung nach, so die wichtigsten Fakten, die größten Veränderungen bei Fallout 76 und denke ich auch ganz interessant, wie das jetzt abläuft mit dem PvP-Online-Modus. Davor hatten ja sehr, sehr viele Leute Angst. Kommen wir jetzt mal so zu meiner persönlichen Meinung als komplett blutiger Anfänger von Fallout. Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe Fallout vorher noch nie gezockt. Was ich ehrlich gesagt im Nachhinein nicht verstehen konnte, aber irgendwie ist dieses Spiel so, oder alle vier Spiele so komplett an mir vorbei. Keine Ahnung. Wie ich dann rausgefunden habe, dass Fallout 76 ein Online-Survival-Game wird quasi, habe ich direkt Lust gehabt und wollte das unbedingt spielen und habe mir dann kostenlos erstmal Fallout Shelter für die Switch geholt, dass ich nicht so komplett Neuling bin und so gar keine Ahnung habe, was auch nicht zukommt, wobei das absolut keine Vorbereitung ist für Fallout 76. Ich bin durch die Beta ein riesen Fan von Fallout geworden und ich muss auch wirklich sagen, dass so Kleinigkeiten wie zum Beispiel dieses Kopfgeld wo oft Spiele ausgesetzt werden, die einfach wahllos töten, eigentlich solche Kleinigkeiten sind, womit Beth Sita eigentlich einen super geilen Online-PVB-Modus geschaffen hat und damit auch zeigt, dass sowas überhaupt möglich ist. Natürlich ist es immer noch schwierig und natürlich habt ihr immer noch die Gefahr, dass hinter der nächsten Tür einer lauert, der euch töten will, aber irgendwie macht es das auch interessant und ihr werdet nicht einfach wahllos getötet, wie jetzt zum Beispiel bei GTA Online, weil es halt eben dieses Kopfgeld gibt und das finde ich eigentlich zum einen super gelöst und zum anderen super interessant, weil es ist nicht einfach nur die Fallout-Welt, die nochmal wesentlich größer ist, wo ihr auf die Kreaturen achten müsst, sondern ihr müsst auch noch so ein bisschen mit den Spielern gucken und aufpassen. Also ich finde, das macht das Ganze interessant und wie gesagt, zeigt einfach, dass sowas auch möglich ist mit ein paar kleinen Einschränkungen bzw. ein paar kleinen Gimmicks, die halt eben das Töten nicht ganz so einfach machen. Ich muss sagen, durch die Hauptquests und die ganzen kleinen eingeblendeten Hilfen war es für mich als Fallout-Neuling relativ gut einzusteigen. Also man hat schon ein bisschen was erklärt bekommen und man konnte so ein bisschen in das Spiel reinfinden. Von daher finde ich auch Leute, die wie ich jetzt zum Beispiel noch nie in ihrem Leben Fallout gezockt haben, können eigentlich bei Fallout 76 ganz gut einsteigen. Aber es ist natürlich sehr von Vorteil, wenn man die Welt von Fallout einfach schon kennt. Ich habe das in meinen Streams gemerkt, ich war so froh, dass ich so ein paar alteingesessene Fallout-Spieler mit dabei hatte, die mir so das eine oder andere so ein bisschen erklärt hatten, mich bei dem einen oder anderen Vieh auch davor gewarnt haben, du geh da jetzt vielleicht besser nicht hin und wenn du hingehst, pass auf das und das auf. Also da war das schon ganz gut, dass man Leute an der Hand hatte, die sich da so ein bisschen mit auskennen. Also wäre es vielleicht auch von Vorteil, wenn ihr komplett neu in Fallout anfangen wollt, dass ihr vielleicht den einen oder anderen bei euch im Team habt, der sich vielleicht mit auskennt, euch so ein bisschen Hilfe gebt. Aber wie gesagt, es ist auch wirklich in Ordnung, wenn ihr gar keine Ahnung von habt, so wie ich einfach. Man findet trotzdem relativ gut rein. Man muss sich halt eben manches vielleicht noch das eine oder andere mal mehr durchlesen oder aufmerksamer durchlesen und vielleicht an die eine oder andere Geschichte ein bisschen zaghafter rangehen. Aber es ist auf jeden Fall möglich, als kompletter Neuling anzufangen. Ich persönlich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ich nicht mehr alleine im Ödland rumlaufen werde, weil wenn so eine komplette Horde Ghula auf dich zugelaufen kommt, bist du sehr froh, wenn irgendwo in der Hinterhand noch so ein Kumpel steht, der so ein bisschen mit drauf ballert. Also ich hatte stellenweise sehr viel Panik alleine. Ich muss aber auch sagen, ich bin kein Mensch, der Horrorspiele zockt, weil einfach, wenn dann was auf dich zukommt, musst du funktionieren und keine Ahnung. Und da kriege ich immer totale Panik. Von daher werde ich nicht alleine im Ödland rumlaufen. Aber wie gesagt, mir hat die Beta super viel Spaß gemacht. Wir haben bei weitem noch nicht alles gesehen. Es wird noch so viel auf uns zukommen. Es wird noch so viel Neues kommen, weil wie gesagt, es war auch nur die Beta. Und da freue ich mich extrem drauf. Ich feiere das Spiel wirklich, wirklich extrem. Mir hat so viel Spaß gemacht, diese Beta. Und ja, ich hoffe einfach, wenn ich anfange wieder mit den Streams, sobald das Release raus ist, dass ich den einen oder anderen vielleicht in meinem Stream willkommen heißen kann. Und ansonsten, wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, unten in die Infobox Survival Core, da haben wir alles für euch zusammengefasst. Und ansonsten, schaut euch einfach meine Streams an, bildet euch selber eine Meinung. Aber ich hoffe, ich konnte euch so ein paar Sachen erklären und vielleicht den einen oder anderen auch überzeugen, sich das Spiel zu holen. Weil Leute, das ist wirklich geil. Es macht Spaß, es ist cool. Es ist ein abgefahrenes Online-PVP-Game, Survival-Game. Keine Ahnung, wie man das alles deklarieren soll. Weil es ist so viel in einem Spiel gepackt und es macht so viel Laune für alle, die Survival-Games lieben, für alle, die Online-Games lieben. Es ist einfach super genial. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns einfach demnächst spätestens in meinem Stream im Ödland. Und ansonsten, schreibt mir doch mal unten in den Kommentaren, ob ihr euch das Spiel jetzt holt, für welche Plattform ihr es euch holt. Vielleicht kann man auch mal so einen Community-Stream machen, wo wir einfach gemeinsam durch das Ödland ziehen und einfach ein paar Ghoule oder Super-Mutanten platt machen. Mal sehen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns im Ödland oder beim nächsten Video. Ich freue mich drauf. Tschüss. Tschüss. Tschüss.